Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe ihr habt den Montag gut überstanden und ihr schon zu Hause auf der Couch liegt und relaxt. Ich dachte mir, auf der Couch liegen kann ich auch morgen. Irgendwie habe ich Hunger auf so einen Obstsalat als Nachtisch. Ein Fruchtsalat. Aber mein Leben erwartet nicht zu viel. Ich mache einen sehr gesunden Fruchtsalat. Der besteht aus Äpfeln, Pfirsichen, Feigen, Kiwis und Bananen. Es kommen keine Soßen dazu. Da muss ich euch enttäuschen meine Lieben. Hier kommt nur Vanillegewürz oder Zimt dazu. Also fange ich jetzt mal an. Zimt dazu. 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 Achtung. Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vardhu Devasyati Mani Viyo Yonam Prachodaya Aum Gurbhu Asmaha Tatsavitur Varenyam Vibhu Devasyati Mani